Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, lang erwartetes Video, glaube ich, von dem einen oder anderen. Analoge Reise, Teil 1. Einige von euch haben mich ja genötigt, schon fast über die letzten Monate das auszuprobieren. Viele haben gesagt, das würde zu dir passen. Fotografiere mal analog. Und ich fotografiere ja mittlerweile auch schon seit Jahrzehnten. Und auch ich habe mal natürlich analog angefangen. Und die Digitalisierung, ja, da können wir alle ein Lied von singen. Und trotz allem hat mich das schon immer mal gereizt. Aber ich hatte nicht die Möglichkeit, ich hatte nicht die Muße. Und mittlerweile jetzt seit gut drei Wochen bin ich da am Start. Und warum und wer mir das ermöglicht hat. Und heute eine kleine Vorstellung. Und ich zeige euch mal das erste Set. Ich glaube, eine spannende Reise. Also, dranbleiben. Hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben. Willkommen zurück. Ja, nun bin ich drei Wochen dabei. Diverse Filme schon durchgejagt. Ich habe gerade jetzt ein bisschen frei. Es sind draußen, glaube ich, 37 Grad. Also seht es mir nach, wenn hier ein bisschen was von der Stirn perlt. Ich wollte den Ventilator nicht noch nebenbei laufen lassen. Aber ich dachte, so ein kleiner Einstieg dieser Reise ist jetzt schon mal ein Video wert. Und eine verrückte Geschichte zu Anfang und eine Vorstellung, wie das jetzt überhaupt alles so zusammengekommen ist. Ihr wisst ja, dass ich natürlich Leica-affin bin. Ihr wisst, ich nutze Leica M-Kamera. Ich habe jetzt die Q2 Reporter hier. Und natürlich hatte ich auch schon die letzten Jahre immer Möglichkeiten, diese Kameras auszuprobieren. Und digital. Und es ist jetzt, ja, ziemlich genau vier Wochen her, dass ich über Facebook angeschrieben wurde. Und ein netter Kontakt halt, weil ich glaube, ich hatte unter irgendein analoges Bild irgendwas, hatte ich darunter geschrieben. Nee, er hatte eine wunderschöne Kamera gepostet. Und da habe ich dann geschrieben, so etwas würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich über Facebook, ja, man höre und staune über Facebook, über den Messenger, eine sehr nette Mitteilung bekommen. Wo mich der besagte Herr, den ich euch gleich vorstelle, anschrieb und sagte, Mensch, du, ganz unverbindlich, ich kann dir da gerne das eine oder andere zur Verfügung stellen. Dass du es mal ausprobieren kannst. Nun ist ja sowas, weil ich auch immer weiß, gerade diese Marke da hinten, was für Werte, mit was für Werte man da umgeht und, und, und. Habe ich das erste nicht so ernst genommen und dann schrieb er mir nochmal. Und dann haben wir tatsächlich telefoniert. Und dann war ich schon ziemlich geplättet. Von daher fangen wir mal damit an, dass ich euch jemand vorstelle. Der liebe Mensch, über den ich berichten möchte, heißt Horst K. Berghäuser. Im Nachhinein ist er mir bekannt, weil, komme ich aber gleich dazu, jedenfalls haben wir telefoniert und es stellte sich dann heraus, dass ich es hier mit einem absoluten Profi zu tun habe. Also es gibt ja Menschen, die mit Kameras handeln. Es gibt Menschen, die Kameras sammeln. Beides tut er auch. Aber er ist halt auch ein absoluter Profi, denn er war, ist Berufsfotograf und extremst in den 90er Jahren beim Axel Springer Verlag angestellt. Wie sagte er so schön, Berufsbezeichnung als Fotograf für besondere Aufgaben. Das heißt, er war mit Spitzenpolitikern, Menschen des öffentlichen Lebens, Schauspielern, Weltstars unterwegs. Und zwar auch im privaten Bereich unterwegs. Und ich hoffe, er hat jetzt, ich habe jetzt einen Kontakt zu Michael Birnbacher hergestellt, dass er im Leica Enthusiast Podcast halt jetzt irgendwann mal sein wird. Und ich hoffe auch, weil er kommt oder er lebt jetzt in Berlin, gebürtig kommt er, wie kann es anders sein, aus einer kleinen Stadt, ganz in der Nähe aus Wetzlar. Und seine Mutter lebt auch noch in Wetzlar, so habe ich das verstanden. Er ist jetzt auch gerade noch akut in Wetzlar. Wir waren da im Urlaub und sind dann, glaube ich, weitergefahren. Auf jeden Fall ein Profi. Also jemand, der nicht nur Leica Enthusiast ist, Leica Sammler ist, sondern halt auch Profi. Also wenn nicht, er, wer kann, was über diese Kameras und Objektive aus der Praxis, aus dem täglichen Umgang berichten als er. So haben wir halt telefoniert. Und mir war im Vorfeld bekannt, denn immer wenn ich mich über Objektive oder Kameras informiert habe, bin ich über Google und über, ich glaube, ich habe es auch als Favorit gespeichert, er schreibt halt einen Blog, er hat eine Seite, blende ich jetzt mal ein und verlinke alles, was mit ihm zu tun hat, natürlich unten im Video. Und das war für mich so die Enthusiast, also da war irgendwie alles zu finden. Da konnte man, egal welches Objektiv, man hat irgendwie eine sehr objektive Meinung bekommen, man konnte nachvollziehen, mit was man es zu tun hat, ganz wunderbare Seite, roter.de, also ich verlinke alles, könnt ihr mal drauf gucken. Und jetzt wurde mir klar, wer dahinter steckt. Und klar hat er auch, habe ich mal auf seiner Instagram-Seite, sieht er auch mal ein bisschen, also er hat sie wirklich alle vor der Kamera gehabt, teilweise Helden meiner Jugend, Politiker, Menschen, die nicht mehr unter uns weilen, hochinteressante Menschen. Und das natürlich alles mit Leica, also er fotografiert seit über 50 Jahren, seit seinem 10. Lebensjahr, da hat er angefangen und hatte über, glaube ich, Leica M2 bis dann M6 und jetzt später dann die QR, die SLS, die M, was weiß ich. Also ich glaube eine, ich habe sie noch nicht in Natura gesehen, eine der umfangreichsten Sammlungen. Und das Schöne ist, er sammelt die, aber er benutzt die halt auch und er bietet hier und da, er ist da nicht darauf angewiesen, ist auch heute ein erfolgreicher Geschäftsmann, hier und da Kameras zum Verkauf an. Auch das verlinke ich unten, es gibt einen Ebay-Shop, der ist, glaube ich, ab 8. August, wenn er aus dem Urlaub kommt, wieder auf. So, wenn man denn möchte, kann man da Kontakt aufnehmen und halt sich über den Blog und über seine Seite, über alles, was mit dem Thema zu tun hat, informieren. Er hat natürlich beste Kontakte direkt zu Leica, auch direkt zur Zentrale, er kennt die Menschen dort. Und von daher war das für mich natürlich eine hoch, hoch interessante Geschichte jetzt. Und wir haben dann in dem Telefonat gesagt, Mensch, pass auf, komm, du kannst mal was ausprobieren, du kannst mal was testen. Und er wollte mir gleich mehrere Sachen testen. Ich habe gesagt, wir fangen jetzt erst mal an, dass ich da erst mal reinschnuppere und bin da jetzt schon nach zwei Wochen intensiver Nutzung absolut dankbar. Ein wunderschönes Set, was ich euch gleich nochmal zeigen werde. Ich meine, gerade wenn man sich dann mit so einem Thema beschäftigt, analog, und halt so ein Schätzchen halt hier bekommt, es ist natürlich schön, wenn man einen Ansprechpartner hat. Und ich glaube, auch für Interessierte oder Leute, die auch vielleicht ihre Dinge verkaufen wollen, er kauft halt auch an, dadurch, dass er auch Sammler ist. Oder wenn man etwas kaufen möchte, wir haben da auch drüber diskutiert, ist er halt schon da eine ganz eigene Philosophie. Er sagt, wenn ich dann auch mich mal von Dingen trenne, die gehen teilweise vorher zum Service und, 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 und. Also eine super Adresse und vor allen Dingen halt, da ist ein Profi. Also da ist jemand, der sein Handwerk versteht und nicht nur Handel betreibt, sondern der auch wirklich genau dir sagen kann, das Objektiv mit der Kamera oder das und das ist aus den und den Gründen dann und dann gebaut. Er hat diese Kontakte heute auch noch direkt in die Produktion zu Mitarbeitern. Und das ist natürlich, das sind natürlich tolle Geschichten. Und so ist es gekommen, dass wir uns, als er in den Urlaub gefahren ist, haben wir uns hier direkt an der A2 auf dem Autohof das erste Mal in die Augen geschaut und hat dann mir den Karton übergeben, wo dann halt die Kamera, das Set drin war, ja, das Ganze, weil die wollten auch weiter, die wollten ja noch Richtung Wetzlar. Hat dann nur ein paar Minuten gedauert, dann stand ich da mit meinem Set und ich bin ja immer noch, habe höchst hoch Respekt vor solchen Dingen, was für mich alles nicht selbstverständlich ist. Zack und da war er weg und ich stand dann da jetzt mit einer Kamera und zwei Objektiven und die Kamera, die möchte ich euch jetzt natürlich mal ein bisschen zeigen. Ja, wir haben dann gesagt, okay, ich würde gerne erstmal mit einer M6 analog anfangen. Die hat halt ein Belichtungsmesser drin, gerade wenn man sich dem Thema wieder so nähert, wobei ich sagen muss, so ab dem zweiten Film findet da echt ein Umdenken statt. Man erinnert sich wieder an die Dinge von früher und ja, ein traumhaftes Set. Also die M6 in der Titanium-Legierung, Ausführung, ist optisch und haptisch. So eine wunderschöne Kamera, das ist wirklich ein Panzer. Ich glaube, da kann man wirklich mit dem Auto drüber fahren. Ist so massiv, aber auch so schön von der Optik her und von der Haptik, vom Anfassen her. Dazu hat er das 50 mm Summilux 1.4 und das 35 mm Summilux 1.4, also beides ohne ASB-H, 35 und 50. Das war das Set, was ich jetzt hier habe, hatte. Und damit bin ich halt losgezogen. Und also im erstklassigen Zustand, ich würde alle drei Dinge als neuwertig bezeichnen, unglaublich. Das ist bei mir natürlich dann auch gleich wieder Respekt. Traut man sich eigentlich kaum mit loszugehen, wobei, man, dafür sind sie gemacht. Und funktioniert alles tadellos. Also ist, brauche ich, habe ich hunderte Videos, in hunderten Videos gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie IT sind. Das wissen wahrscheinlich Spezies oder vielleicht kann Horst mir das sagen nochmal, aus was für einem Jahrgang die stammen. Also tip top, alles tip top. Macht total Spaß damit zu arbeiten und habe jetzt diverse Farb- und Schwarz-Weiß-Filme schon durchgehauen. Ich habe jetzt einen guten Kontakt zu einem Labor in Hamburg, wie sollte es anders sein. Ladenchrom, das ist der Oliver und Anatole Cotte, auch ein Spitzenfotograf, die dort halt den Ladenchrom aufgemacht haben. Super Vintage-Laden, die dort halt für mich so eine, ja, so eine kleine Ausnahme jetzt gemacht haben, dass ich das hinschicken kann. Ich warte jetzt heute gerade aktuell auf die ersten Ergebnisse. Und wenn ihr auf die Ergebnisse wartet, ich habe ja auch Fotowalk-mäßig gefilmt, das machen wir gesondert. Ich wollte euch heute den Horst unbedingt vorstellen. Ich wollte euch die Kamera zeigen. Er sagte mir auch bei der Übergabe, er wäre eventuell, würde er das auch, vielleicht will er das auch verkaufen. Also wer um Himmels Willen so eine M6 Titanium sucht oder schwer findet oder sich nicht sicher ist, ob die tadellos ist, das wäre hier ein Set, was ich erstens jetzt seit roundabout etwas über zwei Wochen hier jeden zweiten Tag benutzt habe. Sie hat nicht eine Schramme, alles läuft tadellos wie geschmiert. Und absolute Empfehlung. Wenn ihr ihn ein bisschen näher kennenlernen wollt, geht mal auf seine Seiten. Ich habe das unten verlinkt. Also auch diese Blogbeiträge sind super gemacht. Wer sich für das Thema Leica interessiert und kein Buch kaufen will, da findet ihr alles. Spitzenmäßig geschrieben, sehr fundiertes Wissen. Er macht auch Fototouren Berlin, habe ich gesehen. Also ein 1000 Sasser. Und ich glaube, wer eine Frage zum Thema Leica hat, kann ihn auch. Gibt es über seine Website genug Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Ich denke, er ist da auf jeden Fall bereit zu antworten. Und ich freue mich schon sehr. Wir sind ja nur anderthalb Stunden auseinander maximal. Dass wir uns jetzt mal irgendwann in Ruhe treffen. Ich weiß nicht, was noch jetzt kommt, was wir in Zukunft noch machen werden. Aber ich brenne da drauf, mich mit ihm auszutauschen und zu sprechen. Aber der erste Eindruck ein sehr herzlicher, unkomplizierter, aber dennoch sehr. Man merkt, wie gesagt, das ist ein Profimensch, der dahinter steht. Und ja, die Geschichte wollte ich euch erzählen. Wo kommt die Kamera her? Wie ist das jetzt gekommen? Bilder, wie gesagt, erwarten euch in Kürze in Verbindung mit Photowalks. Ich zeige die ungeschminkte Wahrheit meiner analogen Reise Teil 1. Wenn ich aus Hamburg dann die Scans bekomme, auch die totale Grütze sind. Und ich glaube, gerade beim ersten Film waren da einige totale Grütze. Da sprechen wir drüber. Die zeige ich ungeschminkt. Meistens zeigt mir immer nur die besten Ergebnisse. Aber ich will euch ja mit auf diese analoge Reise nehmen. Und bin ja selber genauso neugierig. Also, alle Links unten drin, schaut euch diesen Menschen an. Und ich wollte Ihnen vorstellen, sein Ebay-Shop müsste ab 9. Der ist auch ganz neu, weil bisher hat er nicht offiziell verkauft. Und ja, der Mann ist da auch nicht drauf angewiesen. Aber dennoch, glaube ich, kann man bei ihm absolute Schätze mit erstklassiger Qualität erwerben. Von daher, schaut da gerne mal rein. Und ansonsten lest euch mal rein. Also, das wollte ich euch erzählen. Gebt mir mal ein Feedback, wie ihr die findet. Oder wer die M6 hat. Oder vielleicht auch die Titanium hat. Oder ich weiß, da kommen vielleicht jetzt noch ein paar andere Kamerern. Viel, viel älter. Und da bin ich schon gespannt. Okay. Ich hoffe, es war wertvoll von euch. Kleine Geschichte. Das sind so Dinge, auf die man, ja, die einfach so kommen. Was ich so schön finde in dieser Fotografie-Familie, dass das so ein vertrauensvoller Austausch ist. Und solche Menschen stelle ich gern vor. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch was Schönes. Werdet und bleibt gesund. Und wir hören uns die Tage und dann mit den Ergebnissen dieser Kamera natürlich auch nochmal. Okay. Und tschüss. Werdet und bleibt gesund.